Im Prototyping-Unterricht sind Teaser auf der Schweizer Fernseh-Webseite ein Thema gewesen. Also Sachen wie die drei Teaser nebeneinander. Und beim Nachbauen dieser Teaser ist die Frage aufgetaucht, wie es zu Abstände kommt, wie zwischen den zwei eingefärbten Titeln. Obwohl im Style-Sheet keine solche Abstände definiert sind. Und ich habe gedacht, ich mache ein Video, um die Frage zu beantworten, weil das vielleicht etwas ist, wo sich verschiedene Leute fragen. Ich habe hier hinter dem Browser einerseits den QL-Text in HTML. Also im Body-Ener gibt es einen Artikel-Tag. Und dort drin hat es zuerst ein Bild und dann ein H2-Titel und dann ein H1. Und um diese zwei geht es. Nachher hat es noch einen Div-Tag mit einem Klass-Video. Da drin hat es ein SVG, ein kleiner Pfeil und ein Text. Und dann hat es ein Footer, nochmal mit einem Bild und einem P-Tag. Aber da geht es jetzt eigentlich nur um diese zwei Titel. Und im Style-Sheet wird am Anfang ein Google-Fund eingebettet. Und dann wird eingestellt, wie das die Breite von Elementen berechnet wird. Und dann hat es hier kombiniert der Hut- und Body-Einstellungen für die Schriftgrösse und für Abstände. Zu dem muss ich dir vielleicht nachher noch etwas sagen. Und dann hat es hier relativ überschaubar ein paar Regeln. Und wie gesagt, es geht hier eigentlich nur um H1 und H2. Und da sehen wir schon, es gibt einen Abstand nach links in beiden. Ein halbes RM und eine Farbe, damit man besser sieht, wie gross sie sind. Ich möchte es aber nur im Browser anschauen. Zuerst einmal, weil zum Analysieren sind die Developer-Tools am besten geeignet. Ich mache diese auf. Da ist der Inspektor. Und ich habe das Fenster rechts angedockt. Also hier klicke ich auf die drei Punkte und dann Doc to Write. Weil man so schön Platz hat. Neb dem Teaser. Und ich mache jetzt den Article-Tag auf. Dann sehe ich hier H2 und H1. Und falls bei dir das nicht genau so angeordnet ist wie bei mir. Vielleicht musst du auf das Pfeil hier drücken. Je nachdem wird hier mehr oder weniger eingeblendet. So ist es eigentlich am besten jetzt gerade. Also ich gehe auf H2 und ich sehe hier Margin Left 0,5. Und auf H1 auch Margin Left 0,5. Aber trotzdem hat es da dazwischen einen recht grossen Abstand. Jetzt kommt es zu dem. Also, das erste Mal könnte ich probieren. H1 ist unten. Ich könnte sagen, ich könnte mich fragen, gibt es denn einen Abstand nach oben. Und falls ja, können wir den auf 0 setzen. Das hat keinen Einfluss. Und jetzt gehe ich auf H2 und frage, hat es dann einen Abstand nach unten. Und was ich auch noch sagen muss ist, wenn ich über diese fahre, dann siehst du, es wird gel umrandet. Man sieht das vielleicht nicht so gut, dass die Hintergrundfarbe auch hell ist. Aber der gelie Rand um ein Element, wenn ich hier im Inspektor über einen Tag fahre, das ist der Aussenabstand, der Margin. Also ich sehe da, es gibt einen Margin nach oben und nach unten. Und bei H1 gibt es nur einen nach unten. Und zwar ist der vorher nicht da gewesen. Also es hat vorher noch einen mehr gegeben. Wenn ich über H1 fahre, sehe ich oben und unten und links Margin. Also obwohl da nur Margin left definiert ist, gibt es oben und unten trotzdem noch Margin. Und wenn ich ihn abstelle, dann geht er hier weg. Und bei H2 kann ich das auch machen. Ich kann sagen Margin bottom 0. Und jetzt gibt es keinen Abstand mehr. Also es gibt auch verschiedene Sachen. Erstens, wenn das violetten Element einen Abstand nach unten hat und das orangen Element einen Abstand nach oben, dann überlappen. Das ist ein Grundverhalten von HTML-Elementen. Wenn die einen Margin haben, dann überlappen. Also wenn ein Element nach aussen 20 Pixel Margin hat und ein anderes Element nach aussen 10 Pixel. Dann überlappen die so, dass einfach der grössere Abstand zum Tragen kommt. Also 20 Pixel. Sie werden nicht zusammengezählt. Das sind nicht 30 Pixel. Auf jeden Fall ist das so. Wenn die Elemente ohne dass man sie mit Flex und Grid anordnet. Wenn die einfach im natürlichen Fluss stehen. Und darum muss ich bei beiden Elementen den Abstand abschalten. Wenn ich nur die zusätzlichen Regeln rausnehme. Dann kommt der unteren Abstand zum Tragen. Wenn ich den wieder einschalte und sage nach unten gibt es keinen Abstand. Und ich gehe bei H1 den Abstand nach oben ausschalten. Dann kommt der Abstand vom H2 wieder zum Tragen. Also man muss das bei beiden angeben. Aber warum muss man das überhaupt angeben? Ich lade die Zeit neu, dass die Änderungen, die ich gemacht habe, verloren gehen. Es gibt da oben dran in der zweiten Spalte noch ein Tab, der heisst Computed. Und dort drinnen stehen die Eigenschaften, die auf die Elemente, die gerade ausgewählt ist, angewendet werden. Oder die Eigenschaften, die das Element beim Erändern hat. Und Computed heisst das, weil zum Teil etwas vielleicht eine Breite, die im Style Sheet in Prozent angegeben ist. Und wenn es geändert wird, wird es in einen Pixelwert umgerechnet. Und darum heisst es Computed, also berechnet. Das ist nicht das gleiche, wie die Regeln von dem Style Sheet darin stehen. Sondern die Eigenschaften, so wie sie errechnet werden in der jeweiligen Situation. Und da sieht man jetzt so ein paar Sachen. Unter anderem der Margin Left, der definiert ist. Und kein Margin Bottom mehr, weil ich den rausgenommen habe, den ich selber geschrieben habe. Und der Margin Top auch. Also weder das H1 hat da irgendetwas Margin Top heisst. Und noch hat das H2 ein Margin Bottom. Aber was man da sieht, ist oben rechts, hat es einen Haken, den ich setzen kann. Jetzt ein Feld, das ich abhögeln kann. Das heisst Browser Styles. Und das sind die Eigenschaften, die das Browser eigenes Style Sheet enthalten. Also wenn man kein Style Sheet hat und einfach nur ein HTML Dokument im Browser anzeigen lässt, dann wird der Browser darauf schon eine bestimmte Anzahl Styles anwenden. Eine recht grosse Anzahl, wie wir gerade sehen. Wenn ich das anklicken, dann kommen alle die Eigenschaften, die der Browser von sich aus setzt und auf die Elemente, die geändert werden, anwenden. Und es gibt ein Haufen von denen, die auf Null oder nicht angeschaltet sind. Aber im Grunde genommen sind es einfach alle möglichen Stile. Und die haben alle irgendeinen Wert. Einen Grundwert. Und der Browser erhaltet sich an diese Werte. Ausser im Style Sheet steht explizit etwas anderes. Und dort drin sind eben auch die Margins. Um das zu finden, könnte man zwar die Liste alphabetisch durchgehen, aber es hat oben einen kleinen Filter. Und wenn ich dort Margin reinschreibe, dann sehe ich hier Margin Bottom. Ich bin bei H2 jetzt. Das ist der oberen Titel. Es gibt hier einen Margin Bottom von 19,9167 Pixel. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein 20 Pixel wäre in der realen Welt. Da gibt es eine komische Kommastelle. Aber wahrscheinlich spielt es keinen Unterschied. Es spielt keine Rolle. Und es gibt einen Abstand nach unten. Das ist wichtig. Und bei H1. Wenn ich das gleiche bei H1 Lalo anzeige, dann gibt es ein Margin Top von 19,20 Pixel. Das heisst, die Browsereigenen Styles, dort drin hat es oben und unten Abstand für alle Überschriften von H1 bis H6. Und wenn man die nicht abschaltet, dann könnte einem die eben so in die Klärung kommen wie hier jetzt. Also das ist die Erklärung dafür, wie es zu diesen Abständen kommt. Und jetzt mache ich das Fenster etwas kleiner. Und schalte den Inspektor ab. Ich weiss jetzt, um was es geht. Ich gehe jetzt zum Texteditor. Und ich weiss jetzt, dass ich einerseits beim H1, man müsste Margin wegnehmen. Und zwar, dort ist das Margin Top. Und beim H2 ist das Margin Bottom. Das müsste auf 0 gesetzt werden. Und jetzt sehe ich tatsächlich, die Abstände sind weg. Jetzt, ich habe das auch schon erwähnt. Und jetzt ist vielleicht klarer, warum das so etwas Gutes ist. Vielfach macht es Sinn, von Anfang an die Abstände abzuschalten. Und manchmal macht es auch Sinn, andere von diesen Browsereigenen Styles abzuschalten. Also, man kann es aufwendiger machen und ein eigenes Style Sheet machen, das einfach nur zum Reset da ist. Aber vielfach reicht es einfach, die Abstände abzuschalten. Und ich mache das jeweils mit dem Sternselektor. Und schreibe Margin 0. Und man sieht jetzt, den Vorteil habe ich die zwei Abstände wieder gelöscht. Und dadurch hat es hier dazwischen Raum wieder gegeben. Und wenn ich sie jetzt abspeichere, müsste es wieder weggehen. Es sind jetzt noch andere Abstände zusammengeschrumpft. Aber es ist sauberer. Man macht es so, dass man mit dem Sternselektor auf alle HTML-Elemente eine Regel anwenden, aber sagt, wir haben jetzt keinen Aussenabstand mehr. Man könnte auch den Innenabstand mit Padding 0 auf 0 setzen. Das ist eigentlich die Antwort auf die Frage, die gestellt worden ist. Und was ich noch sagen wollte, ist, hier unten gibt es eine Vermischung oder eine Eierregel, die sowohl auf die Wurzeln des Dokumentes, also das ist der HTML-Tag in diesem Fall jetzt, wie auch auf den Body angewendet wird. Und das kann man zwar so machen, aber ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Ich finde es eine gute Sache, wenn man Selektoren mit Kommas zusammennimmt, um Redundanzen zu vermeiden im Style-Sheet und zum Platz sparen und gewisse Sachen zusammennimmt. Aber da finde ich jetzt, ist es ziemlich klar trennt, welche Regeln sich auf welche dieser Selektoren beziehen. Nämlich gelten die Regeln, die die Schrift einstellen, also die Schriftgrösse, wo man jetzt hier übrigens ein bisschen seltsam denkt, 100 und ohne Wert. Aha, 100%. Ohne Masseinheit habe ich gesagt, 100% sollte es sein, die Schriftfamilie und die Höhe der Ziele, das Schriftgewicht. Also das bezieht sich eigentlich auf die Wurzeln vom HTML-Dokument, auf das HTML-Element an sich, den HTML-Tag. Und das vererbt sich dann auf allen Kinder vom HTML-Tag. Also eigentlich allen Tags. So stellt man die grundlegenden Schrifteinstellungen ein. Aber die letzten drei Eigenschaften, die Breite und der Abstand nach aussen und der Abstand nach innen, das ist etwas, was jetzt in dem Fall auf den Body-Tag angewendet werden sollte. Also ich interpretiere das auf jeden Fall so. Weil die zwei Sachen, Margin und Padding, die werden nicht vererbt. Die Schriftart, die Schriftfamilie wird vererbt, weil in den Browser-Eigenen-Styles für Überschriften und Textparagrafen und so weiter, keine Schriftfamilie eingestellt ist. Aber Margin und Padding werden nicht auf alles vererbt, weil eben für Überschriften und ähnliche Sachen ein Aussenabstand in den Browser-Styles definiert sind. Das heisst, um sie zurückzusetzen, reicht es nicht, entweder in Route oder in Body in diesen Regeln auf Null zu setzen, sondern man muss es wirklich mit dem Sternselektor auf alles anwenden. nicht einfach aufs oberste und es dann vererben lassen. Und darum finde ich die Regeln hier ein bisschen irreführend. Und ich hätte eigentlich gerne, dass die drei Ziele hier separat drin stehen in der Regeln für Body und die Grundregeln für die Schrifteinstellungen, dass die nur aufs Route-Element angewendet werden. Das ist für den Moment alles, was ich zu dem zu sagen habe. Es war noch die Frage, wie denn der Teaser könnte vervielfältigt werden. Und dann wäre es natürlich nötig, dass der Body breiter ist als 400 Pixel und dass der Teaser an sich 400 Pixel gross ist. An diesem müsste man dann wahrscheinlich noch arbeiten. Aber für das Video lassen wir es einmal gut sein.